Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch. Hallo und willkommen zu Die Oma wird nicht geschubst, der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch. Wir sind zurück, wie zurück meine ich natürlich, mit der dritten Folge und wir besprechen dementsprechend Schweinskopf al dente von 2016. Und leider, ja wir haben einen Verlust zu beklagen. Katharina hat es leider zeitig nicht geschafft, die gute Frau ist gerade im Umzugstress und da wollten wir jetzt nicht stören. Aber Theresia, wir beide machen das auch so, oder? Ja klar, kriegen wir hin. Hallo. Hallo. Ja, Schweinskopf al dente, ich bin ehrlich, ich habe diesen Film jetzt zum vierten Mal gesehen für diesen Podcast und das nicht irgendwie und irgendwo, sondern auf meinem Handy in einem ICE. Wie sich das gehört? Ich glaube aber, wie sich das gehört, aber ich glaube bei einer Fürths-Sichtung kann man das schon mal machen. Ja, ich glaube auch. Wir haben es im Vorgespräch schon uns unterhalten drüber. Es ist wirklich verblüffend, wenn du halt so eine Filmreihe hast, die sehr vielteilig ist, wie jetzt die Eberhofer Filme, dann kann es schon mal sein, dass Sachen so ineinander sich so verschwimmen. Also unser Titel des Podcasts ist ja, die Oma wird nett geschubst. Ich hatte diese Szene mit im Baumarkt, zu der wir sicherlich gleich kommen werden, auch ganz woanders verortet und war dann am Montag, als ich im ICE-Satz doch überrascht, als diese Szene schon im dritten Teil kam. Ja, das ist, weil, glaube ich, hauptsächlich liebt man halt eben den Film wegen diesen ganzen Nebengeschichten und nicht unbedingt wegen dem Kriminalfall. Und dann kriegt man diese ganzen Nebengeschichten durcheinander. Geht mir zum Teil auch so. Hast du den Roman gelesen? Ich bin mir entweder das Roman gelesen oder das Hörbuch gehört. Also ein von beiden definitiv. Ja, gut, dann hast du mir immer wieder was voraus. Und wir nehmen das ja alles schon im Vorfeld auf, also gerade zu einer Zeit, wo Reragou Rendezvous, der neueste Teil, der schon im Kino läuft. Und es gibt ja da gerade so, ja, wie soll ich sagen, eine Erschütterung in der Macht, denn Rita Falk, die Erfinderin der Eberhofer Kriminalreihe oder der Bücher, die mag den neuen Teil nicht. Wir werden jetzt hier nicht drüber reden, wir werden das machen, wenn wir Reragou Rendezvous besprechen. Das könnte dann nämlich durchaus ein etwas größerer Punkt werden. Bei Schweinskopf Al Dente im Jahre 2016 war die Welt, aber Eberhofer technisch noch vollkommen in Ordnung. Es war, glaube ich, so auch der erste Film, wo ich das Filmplakat auch erstmalig im Kölner Raum gesehen habe. Theresia, kannst du dich noch erinnern, wann du Schweinskopf Al Dente zum ersten Mal gesehen hast oder vor allem wie du ihn gesehen hast? Ich habe ihn damals auf alle Fälle auch im Kino angeschaut. Ich weiß nur, wie lange das her war, dass ich das Buch gelesen oder gehört habe. Also es verschwimmt auch immer mehr, weil je öfter ich den Film sehe, desto mehr habe ich in meinem Kopf, was im eigentlichen Buch passiert. Was ich aber heute noch weiß ist, und gut, das ist aber auch denen geschuldet, dass die halt den zweiten Teil vor dem ersten Teil verfilmt haben, war. Also, dass die Susi ja eigentlich schon am Ende vom Dampfnudelblues sagt, Franz, ich gehe nach Italien, wenn das mit uns hier nichts wird. Und die war quasi am Anfang vom Schweinskopf quasi schon weg. Und dadurch, dass die jetzt ja eben Dampfnudelblues dann Winterkartoffelknödel gedreht haben und im Winterkartoffelknödel sie natürlich noch da ist, haben sie jetzt dieses Ich-Zi-Ul natürlich in den Schweinskopf verlegen müssen. Tatsächlich ist es so, dass Schweinskopf Al Dente der, ich würde sagen, inhaltlich vielleicht sogar umfangreichste Evova-Film ist. Da passiert echt eine Menge. Was alles passiert, das erfahrt ihr jetzt nämlich von unserer lieben Anna, die uns wieder die Synopsis eingesprochen hat. Schweinskopf Al Dente. Der Provinzpolizist Franz Eberhofer hat existenzielle Nöte. Dauerschmusi Susi ist nach Italien abgekauen. Und in Niederkaltkirchen sind ein entflohener Psychopath auf Rache. Am Franz der Chef, der Moracek, kriegt Panik, weil er mit einem blutigen Schweinskopf in seinem Bett aufwacht. Jetzt, so der Franz, ihm sei Bodyguard spulen. Und gleichzeitig machen Oma und der Papa Olli an Stress, dass er auf Italien fahren sollt, um die Susi als die Griffin vom italienischen Gschmusi zu befreien. Vielen Dank an die werte Anna. Ja, Schweinskopf Al Dente ist, wie ich finde, der Eberhofer-Film, der die Kriminalgeschichte mit am deutlichsten vorne stehen hat. Wir haben es ja in den Vorgängern schon gesagt, die Kriminalgeschichten sind immer auch ein durchaus wichtiger Teil der Geschichte. Aber, seien wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages so richtig daran erinnern, tun wir uns an Einzelheiten. Wie zum Beispiel im zweiten Teil, der fallende Container. Ich finde aber, im dritten Teil ist es ein bisschen anders, weil wir es hier mit einem, ja, mit einem Psychopathen zu tun haben. Nämlich mit Dr. Reinhold Küstner, gespielt von Gregor Bluip, der halt eben aus dem Gefängnis ausbricht und auch ein paar Leute umbringt. Das Ganze ist relativ blutfrei, aber man, aber schon, es wird deutlich gemacht, dass es wirklich ein Mann, da muss man wirklich mal ein bisschen Schiss haben, der ist gefährlich. Und er bedroht halt eben jetzt die Leute, die ihn einst hinter Gitter gebracht haben. Dazu gehören nicht nur Birkenberger und Eberhofer, sondern auch der Wert der Moracek. Theresia, wie findest du, ist das Verhältnis in dem Teil zu Kriminalgeschichte und, ja, Niederkaltenkirchen in der Klüngel? In dem Teil hat es auf alle Fälle die meisten Auswirkungen auf das Leben von Franz Eberhofer. Aber so, glaube ich, ist es wirklich eine sehr, also das Motiv, der Rache ist ja nicht alt oder ist, doch ist sehr alt. Sehr alt, ja. Sehr alt, Entschuldigung. Ganz frisch, heute aus dem Ofen geholt, Rache. Es ist immer das, was man will sagen, entweder es ist sehr alt oder es ist nicht neu. Ja, aber es funktioniert da auch relativ gut und man muss ja sagen, der Küstner ist ja durchaus auch ein schlauer Mensch, der auch sehr, sehr perfide ist. Und gut, aber man muss ja auch sagen, also du siehst den Kerl und du denkst da, ah, Psycho. Ja, wobei, jedes Mal, wenn ich den Film sehe oder den Küstner sehe, ist meine erste Assoziation, ah, guck mal da, Tobias Moretti. Es tut mir leid, aber erst beim zweiten Blick sehe ich dann, ach, es ist der Gregor Bloop, der ja auch bei einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme der Single-Bells-Reihe oder den Single-Bells-Film mitgespielt hat. Und der macht einen guten Job. Also dieser Küstner ist wirklich, also sie übertreiben es nicht zu sehr, was heißt doch, sie übertreiben es schon, also jetzt ist schon alles so ein bisschen überspitzt dargestellt, ist klar. Aber sie gönnen dieser Figur zwei ganz klare Szenen, wo man ganz klar mitbekommt, mit denen es sich zu spaßen. Einmal seine Flucht im Krankenwagen, wo er halt wirklich auch drei Leute umbringt und halt auch nochmal eine Szene im Wald, wo er gerade, ja, seine nächsten Opfer, sag ich mal, beobachtet und dann kommt ein Schwammerlsucher ihm dazwischen. Und auch der wird umgebracht. Und das, das finde ich, das verdichtet diese Kriminalgeschichte. Und ich glaube, wenn man mal wirklich so die Szenen vergleichen würde, das ist eine Szene für die Kriminalgeschichte, das ist eine Szene einfach, wo einfach weiter in Niederkaltenkirchen gezeigt wird, also dass das Universum drumherum ausgebaut wird, wäre es glaube ich, wie bei anderen Teilen auch, dass der Ausbau des Mikrokosmos in Niederkaltenkirchen wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber dadurch, dass der Küstner so eine Präsenz hat und es diese Bedrohung gibt, wirkt es glaube ich einfach viel verdichteter und viel wichtiger. Und das finde ich bei diesem Film, es passt. Also jetzt nach knapp acht Teilen Franz Eberhofer würde ich mir vielleicht sogar wünschen, und das wäre ja eine Option, dass der Küstner vielleicht mal wiederkommt. Denn so viel können wir uns schon mal hier verraten, natürlich werden sie ihn verhaften, aber er stirbt ja nicht, er geht ja wieder zurück ins Gefängnis. Und das wäre, ich fände das spannend, wenn sie ihn eines Tages wiederbringen würden, finde ich zumindest. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Möglichkeit, vielleicht gibt es ja irgendwann mal, keine Ahnung, Aufstand im Gefängnis oder irgendeine Art von Gefangenenaustausch. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund. Man weiß es ja nicht. Noch mal einen Ausbruch fände ich dann aber schwierig. Das stimmt, das stimmt. Was ich ja auch interessant finde, wir sehen ja auch eine Rückblende, wo wir auch noch mal sehen, dass vor allem der Birkenberger seinen Job als Polizist vielleicht zu Recht verloren hat. Wenn er da einfach beim Gefangenentransport die Küstner bei der Waffe bedroht und ein russisches Roulette mit ihm spielt. Wo ich mir auch denke, ja, also bei ganz vielen anderen Personen würde das, sag ich mal, in Anführungszeichen cool wirken und wirklich bedrohlich. Aber Birkenberger, der wirkt halt immer wie so ein Monschischi, was sich so aufbäumt. Weißt du, wie so ein kleiner Yorkshire Terrier, der von einem Dobermann steht und den dann ankläfft, weil er glaubt, er ist der größte Rund. So wirkt Birkenberger immer oft auf mich. Ja, oder ich habe mir dann einmal gedacht, das ist wie so bei diesem Psychospielchen, wenn der One heute gefangen ist und der andere ist Polizist. Und dass er dann die, wo Polizisten sind oder heute die Werte spielen, halt immer irgendwie unmenschlicher werden. Wo jetzt natürlich Birkenberger noch weit, weit davon weg ist, aber so leichte Anflüge hat er. Und was mir halt wieder auch aufgefallen ist, und das kann man durchaus bemängeln, mich stört es halt nicht, weil es ist halt letztlich immer noch eine Komödie, die wir hier sehen. Der Küstner, der spielt ja so Psychospielchen, gerade mit dem Moracek. Dem legt er ja diesen Schweinskopf ins Bett, daher kommt ja auch der Titel Schweinskopf-Aldente. Wahrscheinlich war er im Pferdekopf gerade nicht verfügbar. Ja, genau. Und dann kommt natürlich die Polizei und der Barschel, das Spiel von Francis Fulton-Smith, der im nächsten Teil auch mal eine wichtige Rolle innehat. In der nächsten Besprechung dazu mehr. Und der glaubt dem Moracek ja nicht. Und der glaubt ja auch dem Eberhofer nicht, weil den Eberhofer nicht leiden kann. Es sind aber so ein paar Sachen drin in dem Film, wo ich sage, Leute, eure Ermittlungsarbeit, also ihr seid echt keine guten Polizisten. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Also nicht nur, dass man glaube ich auch mal gucken könnte, okay, ist auf dem Laken noch irgendwie DNA oder so, das ist das eine. Aber gegen Ende gibt es halt eine Fluchtsequenz vom Küstner, wie er mit seinem alten Wohnmobil komplett die gefühlte Niederkaltenkirchener Polizeihundertschirp einfach hinter sich lässt, indem er einfach an der Polizeisperre vorbeifährt. Das ist halt wirklich so eine Szene, sie ist schon ganz lustig, aber es ist schon so eine Szene, wo ich mir dachte so, oh Leute, also vielleicht habt ihr bei der Berufswahl doch besser Metzger wählen sollen, nicht Polizisten. Ich habe mir halt auch gedacht, also in der heutigen Zeit der Digitalisierung hätte sich ja auch der Motorcheck auch selber ein bisschen um, keine Ahnung, zumindest mal Fotos machen können oder Bildmaterials sichern können, dass da was auf seine Autoscheibe draufgestanden ist oder dass eben hier ein Trainscop im Bett lag. Ja, das stimmt. Und es ist ein bisschen lächerlich, also Total. Beziehungsweise, also er fährt ja nicht dran vorbei, aber er kommt da hin, kehrt, dreht um und dann merken sie ja auch, dass er es ist und dann verfolgen sie ja auch und dann ist halt auch, also kann man ja sagen, er baut dann einen Unfall und das Ding geht in Flammen auf und dann wird da auch eine verkohlte Leiche drin gefunden und dann sind die sicher auch wieder hundertprozentig sicher, das muss ja sein, wir müssen zwar trotzdem noch irgendwie diese DNA-Geschichten abwarten, aber das wäre schon safe. Vor allem diese Leiche, die sie finden, ist halt dieser Schwammelsucher, den der Kuss davor umgebracht hat. Und seien wir ehrlich, der ist jetzt auch mal drei Köpfe kleiner als der Küstner gewesen. Das hätte man auch mit dem normalen Auge feststellen können, okay, Küstner ist 1,89 Meter, das Opfer ist 1,70 Meter. Da hätte man schon sagen können, vielleicht hat er uns reingelegt. Wäre nicht das erste Mal. Ich möchte das hier nicht als Kritikpunkt verstehen wissen. Es ist einfach nur, wo man sich denkt, okay, man merkt schon, dass sie da sich nicht so viel Sorgfalt walten lassen, was okay ist, weil es funktioniert trotzdem und es ist ja auch irgendwie ganz amüsant, wenn dann einfach dieser Küstner mit einfachsten Mitteln die ganze Polizei an der Nase herumführt und dieses Konzept von wegen der Eberhofer oder einer wird bedroht, aber keiner glaubt ihm, ist halt auch uralt und es funktioniert hier im Falle auch relativ gut, weil, und das ist ja das Geile dabei, Eberhofer ist halt, oder bleibt immer trotzdem eine coole Sau. Also, dem kannst du das, ich glaube, dem kannst du wirklich eine gelahmene Schrotmitte oder die Kehle halten und sagst jetzt, ich drücke jetzt ab und Eberhofer würde sagen, kann ich vorher noch mal einen Leberkästle mit drin essen. Ja, ähm, was natürlich auch sein könnte, das ist halt jetzt im Film dann überspitzt dargestellt, dass das natürlich, ähm, so quasi die Polizei, ähm, das ist, die ist dann so, so leicht, glaube ich, und der Eberhofer und der, ähm, der Rudi sind halt quasi die, die Schlauen, die dahinter kommen, dass das halt nicht so einfach ist, wie man, wie sie sich's halt vorstellen, so quasi, dass das halt dann die schlaueren Ermittler sind. Ja, ich muss auch sagen, dass sie's relativ nett machen, dass sie auch ganz viele andere Nebenfiguren so mit in diese Kriminalhandlung einbauen, wie zum Beispiel, ähm, äh, Oma Eberhofer, äh, gespielt von Enzi Fuchs, äh, großartige Performance mal wieder, die ja so einen Rotweinkuchen backt, äh, für irgendwie eine Tombola oder so und der landet halt im Rathaus und natürlich frisst der Bürgermeister den Kuchen, aber was, äh, was die Oma nicht wusste und natürlich auch der Bürgermeister nicht, ist, dass der Rotwein vergiftet war und darauf, äh, so kommt halt eben Eberhofer dann dem, äh, Küstner auf die Spur und ich finde, das ist, es ist nett gelöst, dass man eben diese ganzen, oder diesem Figurenkosmos echt noch Möglichkeiten gibt, auch irgendwie Teil dieser Kriminalhandlung zu sein und wenn es halt eben nur mehr Zufall ist, aber ich finde das ganz nett gelöst. Ja, finde ich auch, weil es ist dann auch wieder so der, äh, der Mentalität der Oma geschuldet, es wird nichts verschwendet, da werden halt dann nicht, also die, 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 die Reste vom Rotweingelage, was halt eben, ähm, ähm, das neue Dreamteam, sag ich jetzt mal, hinterlassen hat, ähm, wird halt einfach zusammengeschüttet und dann kommen halt aus den Rotweinresten auch gerne nochmal den Rotweinkuchen draus machen. Ich finde, dass der Kriminalfall vielleicht mit sogar der Beste ist, den die Reihe aufzubieten hat, weil er eben so relativ präsent ist und weil er halt eben einen guten Schurken hat, bei dem ich durchaus die Hoffnung habe, dass er vielleicht eines Tages mal wieder auftaucht. Bis du sagst, er hat er wirklich auf, äh, er hat er wirklich auf alle Auswirkungen, er hat er dann später auch auf die Ehefrau von Moracek noch Auswirkungen. Also. Genau, genau. Ist wirklich jeder irgendwie, hat was mit dem zu schaffen. Genau, die ist ja auf der, also in Kur und, äh, ich finde die Szene so toll, wo er sich zu ihr schleicht in die Kur und dann sitzt er sich so neben sie und fängt, fängt dann so ein Smalltalk an, aber auch so clever, indem er einfach so sagt, so was er für ein Leiden hat, gut gemacht, also auch gut geschrieben, also das Drehbuch ist erneut von Stefan Betz, äh, toll, weil das ist so eine, also ich finde, dieser Film schafft diese Mischung so gut, dass du das Gefühl hast, okay, dieser Küstner ist wirklich gefährlich, aber du kannst halt trotzdem drüber lachen, es geht nie so den letzten Schritt weiter, dass er wirklich, wirklich, ja, dass wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja. Das tun sie halt nicht, aber es ist schon schön, dass der Eberhofer mal so einen richtigen Gegenspieler hat, finde ich. Genau, auf alle Fälle, ja. Und wie gesagt, er macht es dann wirklich sehr, sehr gut. Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir es ja mit, nicht nur mit einem Kriminalfall zu tun, sondern halt eben auch mit einem Eberhofer-Film und wir haben jetzt ganz viel über diesen Kriminalfall geredet und warum es der so gut gefällt, aber seien wir ehrlich, die Kernkompetenz der Eberhofer-Filme bleiben eben auch die anderen Figuren aus Niederkalten Kirchen und ich würde sagen, lassen Sie uns mal jetzt ein bisschen reden über die Rudi und all die anderen. Der Rudi und der ganze andere Haufen. Ja, Theresia, Hand aufs Herz. Wie einfach oder wie schwer fällt es dir bei diesem Teil, dir eine Lieblingsfigur auszusuchen? Weil mir fällt es echt sauchschwer. Ja, also ich würde es immer behaupten, oder wo ich mich wirklich immer darauf freue, ist halt dann eben dieses Kennenlernen und diese Freundschaft von Papa Eberhofer und Moracek. Ja. Da prallen Welten aufeinander. Ja. Denn Papa Eberhofer, unser Beatles-Fan Altepi und Kiffer, kümmert sich halt um Moracek, der halt echt nicht zu Hause wohnen will. Seine Mutter, äh, seine Mutter sag ich schon, seine Frau ist ja auf Kur. Und der zieht halt eben bei den Eberhofers ein. Und, ähm, ganz ehrlich, wenn Moracek kein Polizist gewesen wäre, er wäre ein super Schlafanzugmodel gewesen. Also, der Darsteller Sigi Zimmerscheid, wie er heißt, super. Der hat auch so die richtige Physis für Schlafanzüge. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat mich einfach so an meinen Dad, der hat ja auch immer so Schlafanzüge hoch gehabt und immer gesagt, das könnte eins zu eins mein Dad save. Ja, genau. Ja, das ist, wo ich denke, ey, cool, das ist der Grund, warum ich seit 30 Jahren irgendwie nur in Unterhosen-T-Shirts schlafe. Und halt auch schon dieses erste, dieses erste Kennenländer, wo er dann in der Stube drinsteht und dann erstmal so in dieser, wo man dann erstmal gerade sieht, dass da das Papa eben auf ein ganzes Marihuana-Gras trocknet. Und dann, ähm, dann wurde schon gesagt, wer ist denn das? Ja, das ist mein Vater. Ja, den hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Und Evo wollte dann auch so, ich mir auch. Ja, aber es ist halt wirklich diese, diese Bromance, die sich da relativ schnell entwickelt, ist halt einfach Gold wert. Weil man den, weil der, Moracek, den hättest du ja selbst gar nicht so eingeordnet, dass der gerne mit kiffenden Althippies-Beatles-Songs hört. Aber das macht der ja. Ja. Das ist, das ist wirklich, das sind dann so richtige Comic-Uli-Momente und die reizt der Film auch richtig schön aus. Und natürlich gefällt das dem Franz gar nicht, was ich verstehen kann, wenn du irgendwie um vier Uhr nachts wach wirst, weil dein alter Beatles hörst. Auf der anderen Seite hätte man ja den Plattenspiel auch einfach abstellen können oder wegnehmen können, aber Eberhofer macht das, was er schon ein paar Mal gemacht hat, nämlich er lässt die Waffe sprechen. Zerschießt es? Ja, es ist einfach endgültig. weil Strom einstecken würde ja wieder funktionieren. Das stimmt, aber es ist trotzdem ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Aber es ist spaßig. Aber sie rächen sich ja auch, weil sie schmuggeln wieder einen neuen Platt wieder rein. Ja, ja. Da muss ich auch sagen, ich erwarte von der Reihe jetzt nicht so viel Kohärenz. Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass diese Bromance danach nie so richtig wieder zum Thema gemacht wird. Also es gibt ja glaube ich danach in den nächsten Teilen so keine richtige Szene mehr, wo Papa Eberhofer und Moracek so richtig wieder zueinander finden. Also das finde ich ein bisschen schade, weil die haben eine gute Chemie. Du hast ja dann im vierten Teil nur so ein bisschen Überreste davon, weil Papa Eberhofer quasi abhaut und flüchtet, weil er sich zu Hause aus Gründen nicht mehr wohl fühlt. Ja. Sich dann sogar mit deinem besten Freund versteckt. Ja. Also nach dem Teil hatte ich das Gefühl gehabt, dass sie dann im vierten nochmal mehr bringen oder es weiter fortsetzen, aber ich finde, das tun sie halt nicht. Ist okay. Schade, aber ist es okay. Aber schon, das ist schon das Dream Team dieser Ausgabe, dieses Films. Also auf der bösen Seite ist der Küstner, auf der guten Seite haben wir dann das Team Eberhofer und Moracek, die einfach, weil sie so unterschiedlich sind, so gut zusammenpassen und alleine Sigi, nee, Sigi Zimmerschied heißt er, nicht Scheid. Schied. Schied. Wie der halt das spielt, wenn der halt bekifft ist und seinen Spaß seines Lebens hat, ist halt großartig. Also sowieso ist, je länger ich mit dieser Reihe verbringe, desto besser und toller mag ich, also finde ich diesen Moracek einfach. Und ich finde es auch immer schade, wenn man so Filme hat, wo er nicht ganz so viel zu tun hat oder wo er dann doch ein bisschen zu sehr in dieser vorgesetzten Rolle verweilt. Also als Beispiel im neuen Teil, im Regal-Ronde, wo hat er drei, vier Szenen, alle ganz nett, aber da ist er mir zu sehr in dieser vorgesetzten Rolle verhaftet. Da mag ich es halt wirklich lieber, wenn der mal wirklich aus sich rausgeht, die als Figur. Das finde ich schön. Es. Wir haben aber nicht nur Papa Eberhofer und den Moracek, wir haben wirklich viele Figuren. Ich möchte jetzt gerne über eine Figur reden, die unglaublich wichtig ist, aber die jetzt was macht, dass ich eher ein bisschen öde finde, nämlich würde gerne über Susi reden, Schmusi vom Eberhofer, die ja jetzt in Italien ist, in Bella Italia. Was ich verstehen kann, denn Franz hat sie nicht von seiner besten Seite gezeigt und ja, Susi tut mir immer noch leid. Trotz allem muss ich sagen, dass der ganze Plot mit Susi in Italien, der ja vor allem gegen Ende noch wichtig wird, mich jetzt eher nicht so überzeugt. Wie geht es bei dir? Ja, ich meine eben, ich kann es verstehen, weil es ist jetzt so quasi die erste Szene, wo das eben so, sollte es mal im Abend besprochen werden und der Eberhofer mehr so mehr oder weniger sagt, boah, wir könnten doch mal zusammenziehen, wie findest du denn das und so und eigentlich hat er gar keinen Bock nicht, aber und was hat er noch gesagt, wo man wieder merkt, dass Romantiker im ersten Teil sagt er, ja, du hast ganz schön Dellen im Arsch und da sagt er jetzt irgendwie, ja, vom langen Rumstieg Rippa-Krampfadern. Also, man kann es verstehen, dass Susi sagt, naja, da ist ein netter, hübscher Italiener, der ist da irgendwo hitzungen, der hat eine Zukunft, der plant da, der plant da eine Zukunft und eine Pizzeria, da geht was vorwärts, da hat sich jemand für mich entschieden und sagt dann natürlich, tschüss, ich fahre. Aber es ist ja so, dass er, es ist, es kommt, also mich stört es der Part, nee, das kommt natürlich dann immer wieder zur Sprache, dass er sich halt endlich darum kümmert, so dass die Susi wieder herzog, weil irgendwie jeder nicht Susi vermisst und jeder an Franzi Schuld gibt, ähm, zu Recht, ähm, aber, ja, mich stört das nicht so wirklich. Ja, also es ist halt, es ist halt ganz nett, weil am Ende fahren sie ja gemeinschaftlich nach Italien, also da ist auch der Moracek dabei und, äh, Oma Eberhofer und so und das ist, äh, schon ganz, ganz nett, ähm, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil der Film halt so voll gestopft ist mit Nebenfiguren, dass ich das irgendwie mit so, nicht anstrengend finde, aber es interessiert mich am wenigsten, weil irgendwie, es verändert sich halt, es, oder es verändert sich halt doch einiges, weil sie kommen ja wieder zusammen, wo ich mir auch dann sage, okay Susi, jetzt bist du aber auch ein bisschen selbst schuld, ne, ähm, wenn du ihn jetzt zurücknimmst, weil der ist halt trotzdem, ich mag Franz Eberhofer, aber er ist halt doch ein kleines Arschloch, seien wir ehrlich und sehr egoistisch, wobei, ich finde, in den nächsten Filmen verbessert sich das so ein bisschen, also der Franz Eberhofer im Rera-Gouron-de-Vous finde ich, ist romantischer als der Franz Eberhofer in Schweinskopf-Baldente, wobei, Romantik jetzt in dicken Ausführungszeichen, ne, ganz wichtig. Ja. Ähm, ich finde aber eine Szene auch schön, die auch mit Susi zusammenhängt, nämlich dann, wenn er, äh, sie, also er versucht, sie zurück, es gibt diese Szene, wo er mit der Oma unterwegs ist und sie dann wirklich so die Handbremse seines Autos betätigt und sagt, du redest jetzt mit ihr und er will es ja gar nicht und dann versucht er sich ja irgendwie vom Abfahren zu hindern und hält sich da, glaube ich, selbst für sehr clever und lustig, aber eigentlich ist er halt wirklich nur ein Volldepp ähm, und dann gibt's diese schöne Szene, wenn er dann in Wolfis Wirtshaus geht und halt eben, äh, Bier und Jackie und ACDC dann dabei hören möchte und dann seine Freunde ihm ganz klar sagen, nee, trinkst du jetzt alleine, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, weil du bist selbst schuld und das ist etwas, wo ich sage, ja, Eberhofer, genau das hast du jetzt eigentlich echt verdient und ich glaube, für seine Verhältnisse trifft ihn das auch sehr hart. Ich glaube schon, dass die ihm dann alles so stehen lassen und der Wirt dann sagt, ja, mach das Licht aus, wenn du da gehst und so und dann macht er sich heute los, eine Jack Daniels Schnapspyramide, die nicht stehen bleibt. Ja, aber er hat's auch, wie gesagt, irgendwie, äh, selbst, äh, ja, verdient, ne? Ja, und klar, ich hab mir auch gedacht, boah, es ist eigentlich nett, dass er dann nur versucht, sie aufzuhalten und dann sagt sie, und was macht er dann, damit es ihr noch leichter freut? So quasi als Ding, ja, er lasst dir die Luft aus der Leif raus, wo du denkst, ja, das hast du dir jetzt auch sparen können. Ja, das stimmt. Bevor wir zu der, meiner heimischen Lieblingsszene kommen des Films, die ich komplett vergessen hatte, ähm, lass uns mal über Oma Eberhofer reden, nämlich zu der Szene, die einfach super ist, die Szene, die dieser Podcast-Reihe den Namen gegeben hat, nämlich Oma Eberhofer mit Franz Eberhofer im, ja, Sanitärgeschäft, ne, was Baumarkt hat. Ja, es ist halt quasi wie so ein Baumarkt, wie so ein Hornbach oder Obi, wo es halt dann verschiedene Bereiche gibt und dann gibt es halt da eben auch den für Bad und Sanitär. Ja. Und, also, was ich ja noch vorab, ähm, schnell sagen, Entschuldige, ähm, ist, also, das hat man in den, das kommt in den Filmen, außer im ersten, nicht so ganz deutlich raus, Oma Eberhofer ist ja wirklich immer so ein Sparfuchs, die dann alles auch immer in Mengen und Massen kauft, wenn es im Angebot ist. und, ähm, man sieht ja auch im Film, da hat sie nachher auch lila Haare, weil da hat sie irgendwie so einen Gutschein gehabt für irgendwie so einmal Haare machen, deswegen hat sie da jetzt lila Haare. Ja. Ähm, und jetzt gibt es eben bei der, der, der Bub in seinem Stall, braucht natürlich jetzt auch fürs Bad, halt so ein, ähm, Badezimmerschrank, Schränkchen mit Licht und, ähm, deswegen sind die jetzt hier im Baumarkt. Ja, und dieses Angebot geht ja nur für Elektronik, elektronische Artikel und sie fragt halt den, äh, das ist ein relativ junger Typ, ähm, Verkäufer halt so, ja, wie sieht's aus, hat der, hat der, hat der Steckdosen angeschlossen. Ja, sogar zwei. Dann ist klar, okay, Elektrogerät, äh, kriegst du Rabatt. Und er verneint das und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Frau Oma Eberhofer schon sehr perfide, ne, weil sie geht ja sofort auf Konfrontationskurs und ist ja wirklich sofort, also, da muss ich sagen, mir tut der Verkäufer halt auch echt leid, weil sie ja wirklich sofort angeht, ähm, natürlich kannst du es nicht bringen, dass du dann die, eine ältere Dame schubst, ne, aber, ich finde, der Aggressator der ganzen Szenerie ist schon sie. Ja, ja, also, sie, ähm, pocht da halt drauf, okay, da ist, das ist mit Licht, da ist Strom, also, ist das ein Elektrogerät und nicht halt hier ein Sanitärartikel, weil, ähm, also, ich würde auch, glaube ich, im Leben nicht auf die Idee kommen, Leute zu diskutieren, ähm, dass ich jetzt hier dann die, die, diesen Rabatt kriege, aber gut, die Oma ist halt gewieft. Ja, das stimmt und, auch hier muss man sagen, übertreibt das Franz Eberhofer ein bisschen, denn, äh, er schubst dann eben den Mann zurück, der landet auf dem Boden und dann wird der Fuß auf die Wurst gestellt und mit der Waffe ins Gesicht gezielt und, äh, dann kommt dieser schöne Satz, die Oma wird nicht geschubst und da hat er recht, trotz allem, also, sei wir ehrlich, liebe Theresia, in ein, in der echten Welt wäre er nicht nur seine Polizei makellos, sondern vermutlich säße er jetzt auch zumindest vor Gericht oder müsst ihr ein sehr hohes Bußgeld zahlen. Ja, also, wie es dann Adam Moritsch gesagt hat, Deeskalation, ähm, ist hier nicht angesagt, da ist eher, wir drehen uns in der, in der Eskalationsspirale eher weiter nach oben. Ja, ja, trotzdem eine, sehr schöne Szene. Also, ich habe im letzten Jahr gesagt, stell dir mal vor, ähm, Denzel Washington hätte in diesem, ähm, Baumarkt gearbeitet. Ja, gut, dann wäre es eine Nagelpistole gewesen, dann wäre es überall dunkel gewesen und es wäre in Zeitlupe stattgefunden und er hätte davor schon acht Leute umgebracht. Ja, ich freue mich auf Equalizer 3. So, kurz den Ball, Entschuldigung, ja, viel mehr gerade so ein, wenn du halt an den falschen, könnte man noch diese Spirale, könnte man eben noch weiter drehen, je nachdem, an, an welchen Verkäufer man gerät. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber wenn du gerade sagst so, dass sich die Situation so aufstaut und so, es wird immer, ja, es wird immer so, so, immer mehr kommt hier zu, es schwelt etwas, äh, das bringt mich zu meiner jetzt, äh, zu meiner heimlichen Lieblingsszene, die ich komplett vergessen hatte. Es gibt nämlich noch ein Wiedersehen mit Frau Beischel. Oh. Und nicht nur das, wir lernen jetzt auch ein bisschen mehr Herr Beischel kennen, gespielt vom bayerischen Kabarettisten Matthias Eggersdörfer, den ich hier großartig finde. Und der spielt hier ein Rocker. Und, äh, mit Frankendialekt. Unser geliebter Ignaz Flötzinger, ja, du weißt, äh, ich mein, seien wir ehrlich, du als Frau weißt natürlich, wer Ignaz Flötzinger ist, weil er ist natürlich ein Dreamman, ist halt einfach so, äh, hatte ja was mit Frau Beischel und jetzt, äh, kommt halt eben der Herr Beischel aus dem Knast zurück und es ist einfach, diese Szene ist so toll, wenn sich diese Partei an diesem Tisch befinden, du merkst einfach, wie dem Flötzinger wirklich das Herz in die Hose rast. Ja. Und alle irgendwie glauben, okay, hier geht gleich eine Schlägerei los, aber eigentlich der Beischel ihm nur sagen, weil, ey, ich find's echt nett, dass du, wenn man abwesend hat, ein bisschen meine Frau aufgepasst hast. Tolle Szene. Ja. Vor allem, also der hat ja quasi sein, äh, auch noch seinen Bruder dabei, weil wir wissen ja von damals, die Frau Beischel hat ja damals irgendwie ihren, ihren Mann und ihren Schwager verprügelt. Verprügelt. Oder da irgendwie vorhalb totgeschlagen. Ähm, sind ja beide. Und, ähm, ja, aber trotzdem können sie es irgendwie nicht, nicht lassen, die beiden. und die Gefahr ist da, ähm, aber komischerweise müssen dann beide schnell mal aufs Klo. Hm. Also, so sympathisch ich den Flötzinger finde, aber er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne? Nee, er ist halt ein Mann und denkt halt mit dem falschen Körperteil. Ja, tut mir leid, ich, äh, ich, ich mache diesen Podcast gerade auch nur beim Genital. Okay. Ne, jetzt ist es raus. Aber, okay, ähm, natürlich nicht. Ich, ich mag die Szene halt wirklich gerne. Ich mag die Frau Beischel, gespielt von Maria Hofstetter. Das Einzige ist halt, ähm, gerade im Kontext zum ersten Teil, wo wir, wo wir gesagt haben, oder ich zumindest gesagt habe, das gefällt mir nicht so, dass er daraus so versucht, so eine, so eine Humoristik rauszugenerieren. Ist es im dritten Teil wirklich so, dass das gar nicht mehr so richtig zum Thema gemacht wird? Ja. Das, ne, und das finde ich gut. Also, ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen auch gesehen haben, okay, was wir im ersten Teil gemacht haben, das hat einfach nicht funktioniert. Wir löschen das einfach mal. Wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung, denn Frau Beischel hat uns ja noch weiter erhalten. Und, nochmal, Matthias Egersdörfer, ey, der Typ ist witzig, weil, weil der halt nicht witzig aussieht. Also, der hat diesen herrlich ernsten, ähm, diese ernsten, ganze Gravitas, aber genau das macht ihn so unglaublich witzig, auch wenn man sein Kabarettprogramm anguckt. Großartiger Mann. Und, für mich, glaube ich, vielleicht neben der Baumarktszene, die lustigste Szene im ganzen Film ist wirklich dieses Aufeinandertreffen von Flötzinger und den Beischels. Ja, vor allen Dingen, weil ich dann auch eben, alle drumherum wissen, nur halt diese, die beiden Beischelmänner checken nicht, was los ist, was Sache ist, aber halt, ähm, ähm, durchaus der Eberhofer und da sind wir halt, die sitzen auch mit am Tisch, die wissen dann auch, was Sache ist und nun, wie sich gerade der Flötzinger so fühlt. Äh, die haut schon was. Und zu der anderen Geschichte, muss ich sagen, ähm, ja, einerseits finde ich es ganz gut, dass das jetzt immer so auf diese, diese hohörige Art jetzt hier oder die, die Beischels, äh, uns erhalten bleiben, aber andererseits, ähm, vielleicht war es ja damals auch das Thema zu düster mit, ähm, mit der Frau, die halt von denen geschlagen wird und dann halt zurückschlägt. Ähm, das finde ich einerseits dann auch wieder unglücklich, dass, ähm, damals wird ja quasi im ersten Teil die Frau immer noch geprügelt und dann hat sie irgendwie zurückgeschlagen und so weiter und jetzt ist ja das irgendwie komplett passé, so als hätte man sich gegenseitig irgendwie verziehen. Finde ich einerseits auch schwierig, aber so auf, auf, ähm, die Dauer, dass uns ja die Figuren auch in den anderen Filmen noch erhalten bleiben, finde ich jetzt die Art, wie es jetzt immer vorkommt, ähm, auch besser und unterhaltsamer. Hm. Ja. Ja, ähm, ich glaube, mehr habe ich nicht in Sachen Nebenfiguren, außer natürlich, dass wir noch sagen müssen, dass der Birkenberger sich natürlich auch hier rumtreibt, den darf man natürlich nicht vergessen, ähm, der auch ein bisschen Angst hat. Weil er ja damals den Küstner bedroht hat, beziehungsweise mit ihm russische Roulette gespielt hat und deswegen, auch der Eberhofer ihn deswegen auch so ein bisschen aufzieht, finde ich. Also der Eberhofer bleibt weiterhin cool, aber natürlich merkt er auch bald, okay, verdammt, das wird jetzt echt eng, aber er hat auch einen Riesenspaß damit, seinem besten Freund immer wieder klarzumachen, übrigens, wenn der Küstner nicht findet, bist du tot. Und sagen wir es mal so, es wird ja nachher nochmal russisch für Roulette gespielt. Genau. Ähm, boah, ich bin angelt, immer nicht, ob ich mir so eh freut, ähm, er, der Franz ist ja nett, er gibt seine Nichte Tira-Bissou. Ah, ja, das ist, wobei, da muss ich auch sagen, das, das hätte mir aber auch passiert, also er macht es ja schon mit Absicht, also er weiß, dass da Alkohol und, und Nikotin, Quatsch, Koffein drin ist, aber ich glaube, ich hätte das auch, ich hätte das gar nicht gewusst, weil ich hätte einfach Tira-Bissou, Süßspeise, lass das Kind das essen, lass da Alkohol und, äh, Espresso drin ist, dass, äh, so weit hätte ich gar nicht gedacht. Also da merkt man schon, dass, äh, Eberhofer da auch, also, Ja, irgendwie glaube ich, ich weiß es auch, weil er rechnet mit den Konsequenzen, weil, ähm, also ich glaube, ähm, seine Nichte mag er ja doch, also er kann zu seinem Bruder nicht leiden, aber seine Nichte mag er, ja. Ja, man merkt auch wieder sehr schön, was der Leopold, sein Bruder, äh, für ein konzertierer Typ ist, als halt die Oma mit den pinken Haaren in die Küche kommt. Alle anderen so, ja, wo gut, dann sieht halt komisch aus, aber bitte. Und er denkt ja wirklich, was ist das denn jetzt, ne? Welt geht unter, Oma hat pinken Haaren. Ja. Gut, ähm, ich glaube, wir können weitermachen mit, äh, ein bisschen Kulinarik, denn ich habe Hunger. Wie sieht es bei dir aus? Oh ja, ich brauche auch demnächst was zu essen. Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Ja, die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Ähm, pass auf, annehmen wir uns darauf, liebe Theresia, keiner von uns würde freiwillig Schweinskopf essen. Nö. Oder? Gut. Also, sehr viele andere Teile vom Schwein gerne, aber Schweinskopf, ne. Ja, ich habe mir tatsächlich als Punkt aufgeschrieben, bei der Kulinarik von Niederkaltenkirchen, Pizza. Denn Pizza ist zwar jetzt nicht so, sondern nicht bayerisch, aber wir haben ja einen Part, der in Italien spielt, wo auch Oma Eberhofer Specketti macht, das heißt, die Frau ist multikulturell, das finde ich sehr schön. Aber Pizza ist ja auch durchaus wichtig bei der Lösung des Mordfalls, beziehungsweise bei der Überlebung des Kriminalfalls. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, es gibt ja in Niederkaltenkirchen auch eine Pizzeria. Auf dem Markt gibt es ja dieses La Piazza, oder so ähnlich wie es heißt. Das habe ich schon bei ein paar Filmen gesehen. Und ich habe Franz Eberhofer noch nie sagen gehört, boah, ich mag jetzt keine Pizza, aber ich glaube, dass der Mann gerne mal eine Pizza verspeist. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also immer Leberkäse ist ja auch nix. Leberkäse-Pizza. Ich habe eine neue Idee, ja. Es ist ja so, dass es irgendwann dazu kommt, dass der Küstner den Moratschek dann noch bekommt. Und dann bestellen sie halt Pizza. Weil, wie sagt der Küstner, das könnte ihre letzte Mahlzeit sein. Und dann, es wird ihre letzte Mahlzeit sein. Und, wie war das nochmal, die eine Pizza wird aber irgendwie mit Schlafmitteln vertreten. Ja, die wissen ja dann irgendwie, welche Pizza von Küstner ist. Und da wollen sie halt so K.O.-Tropfen irgendwie drauf träufeln, damit er halt, wenn er halt dann die Pizza isst, dass er halt dann sich selber quasi ausknockt. Doch Küstner ist leider clever und kann sie im Auto dann überraschen. Und dann gibt es halt eben die von dir erwähnte russische Roulette-Szene. Was aber ganz cool ist, dass dann Rudi irgendwie sagen kann, ja, dann nehmen sie doch ein Stück Pizza. Und Küstner, ja, lecker, Pizza. Das ist so der Moment, wo ich, wo ich, ihr habt gerade eben, also der Drehbuchautor Stefan Betz hat da vergessen, dass der Küstner eigentlich ganz intelligent ist. Ja, und vor allen Dingen, also, dass er dann reagiert, also ich weiß nicht, ob die das nur auf ein Pizzastück trafen oder auf die komplette Pizza. Also, fand ich dann, finde ich irgendwie einmal komisch, dass sie dann sagen, okay, bevor wir jetzt hier weiter russisch und russisch spielen, ich euch eh erschieße, essen wir heute Pizza. Ja, das, ja, also am Ende ist es okay, wie es endet. Also, ich hätte mir vielleicht ein etwas intensiveres Ende noch gewünscht, aber es war trotzdem ganz, ganz amüsant. Vor allem, nachdem sie ihn halt dann K.O., also mit der Pizza halt K.O. bekommen und ihre Kollegen anrufen, machen sie natürlich das, was jeder gute Polizist macht. Wir machen ja erst mal lustige Fotos mit ihm. Ja. Das muss natürlich sein. Setzen ihm da irgendwie komische Sachen auf den Kopf oder lustige Posen, was man halt so macht. Ja. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, dass der Teil gar nicht so viel Schmackofahrt zu bieten hat. Wir haben natürlich den Rotweinkurken von Oma Eberhofer, der sehr schmackhaft aussieht, aber wir wissen ja, dass der mit Nieswurz versehen ist. Das heißt, das sorgt dafür, dass der Bürgermeister dann erst mal den Magen ausgepumpt bekommt oder sie glauben, es ist eine Alkoholvergiftung. Deswegen ist für mich tatsächlich die Pizza das Gericht in diesem Teil von Eberhofer, wo ich sage, ja, da würde ich gerne auch was ein Stück von bekommen. Du hast ja genau, du hast ja die Pizzas und die Paste, die halt die Oma dann kocht. Also du bist dann, also dieses Italien-Thema ist dann durchaus auch vorhanden. Ja. Es ist aber auch so toll, die Szene, wenn sie da wirklich an diesem klapprigen VW oder was, irgendeinem Van sitzen, wo halt Oma Eberhofer gerade gekocht hat und die Papa Eberhofer und der Moracek sich diese Spaghetti da reinpfeifen und einfach wie so gelangweilte alte Männer einfach gucken, was da am Strand und so vor sich geht. Das ist auch eine schöne Szene. Also ein schönes Blick. Ja, was geht denn vor? Da wird Beachvolleyball gespielt. Ja. Ja. Ja, was ich dann in der, was ich dann nicht einmal schwierig finde, wo ich dann immer denke, oh Leute, das muss ich ja nicht sagen. Also ich weiß ja schon, dass der Flötziger hier nicht sauber ist, aber auch mittendrin, wo der Wein vergessen, mittendrin auf Oma Eberhofer steht in Italien auch ein Ignaz Flötzinger und ein Metzger Simmerl auf der Matten und sagt, ja, wir machen halt auch Urlaub. Das ist halt eben dieses, dieses Niederkaltenkirchen Universum, was man einfach akzeptieren muss. Ja. Das macht natürlich an und für sich keinen Sinn, aber es ist schon irgendwie ganz nett, vor allem, weil ich finde, dass der Simmerl und Flötzinger in dem Teil, okay, der Flötzinger hat ja die Szene mit der Beischau, aber der Simmerl ist halt irgendwie, finde ich, hat nicht so viel zu tun, und das wird sich ja, glaube ich, im nächsten Teil ändern. Ich sage nur Auto. Meine Lieblings-Szene. Ja. Ja, die Sagen, glaube ich, ich habe mit dem Buch dann auch wirklich dann untergefahren, weil es hat irgendwie vielleicht dann auch nur Familie und Frau gehabt und haben so ein Untergefühl und haben sich dann mit den Beach-Volleyball-Teams und so vergnügt. Ja, ja, es ist ein bisschen, es hat schon ein bisschen Geschmäckle, diese Beach-Volleyball-Szene, muss man schon ehrlich sagen. Es ist aber trotz allem irgendwie ganz charmant, aber seien wir ehrlich, es hätte nicht sein müssen. Also es ist, wie gesagt, es gibt in jedem Teil für mich halt so Szenen, die ich halt liebe und die ich sehr gerne mag und über die ich auch jedes Mal wieder lachen kann. Es gibt halt einmal so Szenen, die sich dann für mich einmal so, wo ich mich nicht so wohlfühlen oder den Gartes, hätte es nicht sein müssen, finde ich jetzt nicht lustig, gut, den anderen mag es wieder gefallen, aber das hat halt jeder Film, aber nichtsdestotrotz finde ich halt diese, den Großteil der Szenen und so immer noch charmant und mag die Filme halt trotzdem. Man kann auch durchaus es kritisch sehen, dann als der Eberhofer dann in Italien seinen Konkurrenten, diesen Italiener dann trifft und dann gibt es dann auch ein paar Beleidigungen, so du Spaghetti, wo ich denke, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber so alles, was in Italien spielt, hat schon so hin und da ein bisschen ganz Geschmäckle, vor allem das mit der Beachvolleyballmannschaft. Es ist nicht so schlimm, wie ich finde, wie im ersten Teil mit der Beischel und ich finde auch, dass sie es ein bisschen danach auch wieder so reduziert haben. Es bleibt natürlich alles ein bisschen provinziell und auch durchaus hier und da vielleicht ein bisschen konservativ, wobei ich finde in der Kaltenkirche gar nicht so konservativ, aber es bleibt halt gut bürgerlich und damit geht auch mit her, dass da manchmal ein paar Sachen drin sind, wo man schon sagen kann, so Leute, wir haben jetzt auch schon ein neues Jahrtausend, aber das, was ihr da macht, ist nicht ganz so knorkel, aber ist es nichts, was mich jetzt wirklich in diesem Teil wirklich aufregt, muss ich sagen. Aber ich muss nochmal schnell nachfragen, weil ich mir jetzt echt nicht mehr sicher bin, aber es ist doch auch in dem Teil, lerne sie sich in dem Teil nicht auch erst da kennen oder war das schön am anderen Teil? Ich kriege jetzt auch wieder die Szenen da einander. Was meinst du mit Kennenlernen? Also ich hatte das, es gibt ja diese Szene, wo sich ja, wo ja dann der Flötzinger wieder in, soll jetzt mal im Puff geht und dann halt sitzt halt da keine andere Frau rum außer der Frau Balschel und dann halt, was macht man, wenn man im Puff ist, man genehmigt sich den hausgemachten Nudelsalat und ich dachte, dass die Szene irgendwie auch am Anfang ja, ja, das ist stimmt, stimmt, Nudelsalat, stimmt, ich glaube, noch reinbringen, stimmt, es gibt noch Nudelsalat in dem Film und das ist, das ist so eine geile Szene, so dieses Nudelsalat, wo ich mir denke, was, das ist, das ist das Gericht, was sich wirklich zum Schwärmen bringt, verdammter Nudelsalat? Ja und vor allen Dingen, also ich, also ich, ich war noch nicht, noch nie und ich habe es dann nicht vorhin so im Etablissement, aber wie dann schon, der Flötzinger, der dann auch quasi in seinem, in seinem Feinrip gefühlt, mit in Unterhäusern, unterhemmend, sich da dann hinsetzt, dann denke ich mir, wer kann, wer findet das jetzt irgendwie erotisch oder anziehend und dann ist das Erste, was man macht, ah, der Hausgemachte Nudelsalat ist aber super, den können wir noch essen. Ja, Romantik pur, sag ich. Romantik pur, vor allem, weil sich die auch den Nudelsalat auf dem Teller teilen und das ist, das ist ganz normaler Nudelsalat und dann sagt er auch irgendwie, dass bei sich, bei ihm zu Hause gibt es so was Feines irgendwie nicht. Das ist sehr gut. Stimmt, aber siehst du mal, dann haben wir doch noch was gefunden, Nudelsalat gibt es auch noch, sehr schön. Aber ich bleibe trotzdem bei der Pizza, aber bitte das Stück ohne K.O. drauf. Ja, gerne auch, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu unserem vorletzten Punkt und da dreht sich natürlich wieder rund um meine Unwissenheit. Was der Preuß noch wissen wollte? Was der Preuß noch wissen wollte, ihr wisst mittlerweile, ich bin der Preuße und Theresia, das wisst ihr auch mittlerweile, ist die Urbayerin. Ich habe tatsächlich nichts gefunden, wo ich sage, was bedeutet das? Ich hätte deswegen eine ganz andere Frage und zwar, ich komme ja aus Westdeutschland, aus Nordrhein-Westfalen und dort und ganz vielen anderen Bundesländern hat die Polizei ja schon in der Lekamzeit dieses dunkelblaue Outfit und früher war es ja grün. Ist es in Bayern eigentlich jetzt mittlerweile immer noch so, dass hier immer noch grüne Polizisten habt oder habt ihr mittlerweile auch diese blauen? Ne, wir haben es jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich waren wir in den letzten, die sich am nächsten drüber gesträubt haben, wobei ich jetzt das echt nicht wirklich weiß. Wir sind wieder hier, das gallische Dorf unter den Widerständlern. Ne, bin ich mir nicht sicher, aber wir haben jetzt, also wir haben auch die blauen Uniformen, wir haben auch die blau-silbernen Polizeiwagen und ich weiß nicht mehr, ich glaube, das dürfte sich jetzt auch ja nicht ganz zehn Jahre sein, dass die halt angefangen haben, so diese Sachen, so diese ersten Tests gemacht haben oder dass dann so die ersten Polizisten auch mit dieser blauen Uniform unterwegs waren, aber ich glaube so ab 2018 irgendwie, dass das dann auch bei uns so nach und nach umgestellt worden ist, dass wir auf die blauen Uniformen gewechselt sind. Glaubst du, dass Franz Eberhofer jemals blau tragen wird? Ne. Ne? Der ist auch komisch, oder? Der trägt ja auch nicht, der trägt ja auch nicht, also der hat ja seine, seine dunkle Lederjacke, auf die ja diese Polizei auf näher drauf sind und er trägt ja Jeans und er trägt ja auch nur so die halbe alte und er wird mit Sicherheit auch nicht sein Polizeiauto wechseln. Das sowieso nicht, das ist ja ein Youngtimer, der ist ja heilig, das stimmt, ja. Ja, kann ich mir vorstellen, er ist, wie gesagt, der Eberhofer ist ja eh so, er hat ja quasi diese, noch dieses gelbe, senfgelbe Hemd immer auch und drunter ja sein, ich weiß nicht, von welcher Robband das ist. Ja, das ist von Rera, Metallica oder ACDC. Genau, da wo im Rera-Gouronne-Vous der Leopold das ein bisschen verschandelt, genau. Ja, ja. Und er trägt halt Jeans, also er ist ja eh nicht der Typ, der generell so mit, mit der kompletten Uni, wo formen wir das O-Fonger-Co. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass er auf die, auf das Neue wechselt und wie gesagt, also das, wie einst schon ein Monatik sagte, er soll sein, was weiß ich, Polizeiruf 1, Gedächtniswagen verschrotten, wird nicht passieren. Wir werden jetzt diesen Podcast hier ein bisschen verschrotten und, also was heißt verschrotten, wir werden ihn beenden und zwar mit unserem Fazit. Das Fazit. Ja, Fazitzeit. Ich glaube, man hat rausgehört, dass wir den relativ gut finden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jetzt nach der Fürtsichtung ist der echt bei mir nochmal ordentlich gewachsen. Ich würde ihn aktuell sogar mit zu einem der besten Eberhofer-Filme zählen. Jetzt haben wir drei schon besprochen und da ist er bei mir ganz klar auf der Eins. Also, wenn wir jetzt nur davon ausgehen, die ersten drei, finde ich, ist Schweinskompatente ganz klar der beste Teil bislang. Wie sieht es bei dir aus? Cool, schwierig ist, ich mag die alle drei und ich mag die alle drei ähnlich gleich gut, weil es gibt halt, aber ich glaube, für mich ist es immer noch Dampferblues, weil es halt einfach so die erste war, mein Liebling, aber ich glaube, dahinter würde ich jetzt auch den Schweinskopf nehmen, weil, ja, aus den Gründen, die wir schon gesagt haben, es ist halt einfach irgendwie so der überlappendste Kriminalfall, den wir haben. Und man hat halt wirklich mal so eine Art, ja, geniales Genie als Gegenspieler, wobei er halt auch manchmal halt so Fehler macht, weil es ist halt dann der Story geschuldet. Er ist wirklich eine Bedrohung für E-Baufern, für die Umgebung, weil er hat ja quasi auch in Kauf genommen, wo er den Wendweg gepflegt hat, dass da auch andere Parteien mit betroffen sind. Aber nichts zu sagen, gibt es halt einfach auch in jedem Film Szenen, die ich halt sehr feiere und ist halt in dem Fall genauso. Also, ich sage nicht, dass es der beste E-Baufer-Film ist, das werden wir dann gucken, wenn wir irgendwann mal in ein paar Wochen mit Rera gehoben und wo durch sind, das wird doch was dauern. Aber wie gesagt, für mich schon der beste bislang der Filme, die wir hier besprochen haben. Das heißt aber nicht, dass es einen davon gibt, den ich nicht mag. Ja, was ich mag, sind Kommentare und Likes. Es wäre sehr schön, wenn ihr uns die da lasst. Denkt dran, Tidechampisch gibt es überall dort, wo es Likes gibt. Wir hören uns dann bei Teil 4 wieder. Das ist der Griesen-Nockerler, die Griesen-Nockerler-Affäre. Hoffentlich dann wieder mit Kati. Wir können es nicht versprechen, weil die Frau, wie gesagt, gerade im Umzugstress ist und das kann man ja verraten, nicht nur von einer Stadt in die andere, nein, sogar von einem Land ins andere. Deswegen ist das alles ein bisschen aufwendiger. Aber Kati, werden wir hier in Zukunft garantiert nochmal wiederhören und werden wir sie dazu zwingen müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Theresia, die gebe ich das letzte Wort. Macht es gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.